Mein Name ist Ilkay Bütün. Ich arbeite hier seit ca. 6 Jahren. Mein Revier ist das Revier Tropenwelt. Und ich bin mehr in den Abschnitt Aquarien und Terrarien, sprich Fische, Schlangen. Was mich reizt ist, dass es halt nicht monoton ist. Meistens läuft nichts nach Plan, weil Tiere halten den Plan nicht ein. Das ist auch cool. Dann muss man den Plan ändern zu Plan B. Wir haben hier Großreviere, das heißt du bist nicht nur an einem Tier. Du bist jetzt nicht nur an den Fischen, du bist an den Schlangen, an den Raubtieren. Und es gefällt mir halt, dass ich nicht jeden Tag das gleiche mache. Tierpfleger ist so ein Traumjob. Ich meine, man wird nicht recht davon. Hand aufs Herz. Aber man macht es gerne. Ich sage immer wieder, im Sommer durch den Tierpark zu laufen, ist einfach was anderes. Es gibt viele grüne Flächen. Klar, es gibt Ecken, die moderner sein könnten. Aber Tierpark ist Kult. Es ist einfach Tierpark. Wie Tierpark ist, kann man nicht sagen. Tierpark ist Tierpark.